In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man ein solches Bild erstellt, einen Tiny Planet. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie man ein Tiny Planet Bild erstellt. Ich war am Wochenende auf Hochzeit und habe da so ein Bild erstellt, habe das bei Facebook hochgeladen und da wurde gut dann ein paar Mal gefragt, so, hey, wie ist denn das gemacht? Brauche ich da ein spezielles Programm für oder brauche ich da einen speziellen Adapter oder hin und her? Und damit man, ja, damit ich euch zeigen kann, wie das funktioniert, dachte ich, ich mache da mal ein kurzes Video und man braucht dafür im Grunde nichts, außer ein Bild, ein Panorama und Photoshop. So, hier ist das Ausgangsbild, von dem das auch gemacht wurde, das Bild, und zwar die Größe des Planetes. Also, ich gehe nochmal zurück. Die Größe des Planetes hier hat mit der Höhe der Erde im Bild zu tun. Also, umso mehr Erde hier zu sehen ist im Bild, umso größer ist nachher der Planet, umso kleiner dieser Bereich ist, umso kleiner ist der Planet. Wir beschneiden jetzt mal das Bild. Ich nehme hier einfach mal ein Stückchen weg. Ganz wichtig dabei bei diesen Bildern ist, man muss ein Panorama machen, also sprich ein Bild, was im Querformat ist und relativ viel zeigt. Das muss nicht ein 100, also ein 360-Grad-Panorama sein, dass man einmal komplett außenrum ist. Das ist hier auch nicht. Hier ist es ungefähr, ja, 90 bis vielleicht 120 Grad, was ich aufgenommen habe. Wie man ein Panorama macht, habe ich mal in einem anderen Video gezeigt. Das verlinke ich dann ganz zum Schluss. Und wichtig dabei ist aber nur, dass das ungefähr gerade ist und dass das Endstück mit dem anderen Endstück, also auf der anderen Seite, das ist das Ende von der linken Seite, mit dem Ende von der rechten Seite ungefähr auf einer Höhe ist, weil das Bild wird quasi groß, wird verzerrt und knüpft dann von der Seite an die Seite an. Das ist ganz wichtig. Ich habe hier, wie gesagt, hier das etwas kleiner gemacht. Das ist aber auch nicht unbedingt wichtig. Hier oben die Pixeln außerhalb löschen, dann bestätigen. Nun muss das Bild in ein Quadrat gebracht werden mit STRG, ALT und I. Hier kann ich die Bildgröße verändern und kann hier die neue Bildgröße angeben. Ganz wichtig ist, dass diese Verlinkung hier, dass die aufgehoben ist. Und ich gebe es bei beiden Seiten die gleiche Menge an, also die gleiche Höhe an den Pixel. Breite sind 4500 und die Höhe mache ich jetzt auch in 4500. Jetzt würde man im ersten Moment sagen, oh, das kannst du nicht machen, da wird hier alles verzerrt. Ja, das stimmt, aber das Bild wird sowieso nachher verzerrt, daher ist das überhaupt kein Problem. Ich bestätige das. Jetzt haben wir das Bild einmal gestaucht, also zusammen gedrückt und nun müssen wir das einmal drehen, und zwar auf den Kopf, sodass der Himmel hier oben unten ist und die Erde oben ist. Das geht über Bild, Bilddrehung und 180 Grad Drehung. Dann haben wir alles schon perfekt vorbereitet und jetzt gehen wir über den Filter, Verzerrungsfilter, Polarkoordinaten und dann wird schon mir angezeigt, wie das Bild nachher ausschaut. Wir sehen hier, ah, das sieht schon nach einem Planet aus. Das bestätige ich es einfach und schon habe ich einen Planet. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass hier an den Seiten diese Streifen entstehen. Da muss man leider ein bisschen hergehen und muss das zu rechts schneiden mit, ich bin noch hier im Crop Tool oder mit C kommt man auch ins Crop Tool und kann hier an den Kanten das einfach kleiner machen, sodass nur noch der Himmel zu sehen ist an den Kanten hier. Einmal bestätigen und schon habe ich ein Little Planet. Leider sieht man das natürlich noch hier ganz deutlich, dass hier die beiden Bilder aneinander oder dass die Enden aneinander gestitcht sind durch diese ganz klare Linie, die wir hier haben. Und die müssen wir jetzt mit Standard-Photoshop-Funktionen oder Tools einfach beseitigen. Und zwar dafür lege ich eine neue Ebene an, gehe hier in den Reparatur-Pinsel und male hier bzw. repariere einfach diese Übergänge. Da kann man sich entsprechend viel Zeit lassen oder das auch schneller machen, je nachdem, wie genau man das Ganze machen möchte. Wichtig dabei ist nur, den Teil, den sollte man nachher dann, das sollte alles echt ausschauen, sodass man nachher den Unterschied nicht mehr wahrnehmen kann, weil nur dann kommen diese Illusionen von einem Planet quasi auch so richtig auf. Hier gehe ich mir ein bisschen großzügiger beim Himmel, damit man das im Himmel schon nicht sieht, dass die beiden Sachen zusammen gestitcht sind. Und hier gehe ich auch nochmal drüber. Wie gesagt, da muss man ein bisschen genauer arbeiten und im Notfall muss man die Kanten am Anfang von dem Bild etwas zurechtschneiden, dass es halt einfach nicht auffällt. So, wie man sieht, das geht hier schon ganz gut. Wichtig für mich ist auch, die Mitte zu bearbeiten, weil gerade an der Mitte, finde ich, sieht man, dass das so zusammengepackt ist, weil es ja alles so richtig in die Mitte halt führt. So, ich brauche hier noch einen kleinen Moment. So, ich habe das erstmal so ganz, ganz schnell gemacht und gehe hier auch noch so ein bisschen rüber. Wenn man die Übergänge so ein bisschen noch auf die andere Seite mit reinnimmt, dann wirkt das schnell besser, weil man dann nicht so diesen Übergang sieht und sieht, wo jetzt genau dieser Strich war. Ja, so finde ich, sieht das schon im Grunde ganz gut aus. Der Bereich hier ist mir jetzt gerade nicht so gut gelungen, aber da muss man ein bisschen Zeit investieren. So, ich füge jetzt alles mal auf eine neue Ebene zusammen mit Steuerung Umschaltalt und E. Und jetzt kann ich einfach hergehen und kann dieses Bild außenrum ein bisschen drehen oder halt einmal hier komplett drehen um 90 Grad. Und dann wäre hier der Strich und schon fällt das nicht mehr ganz so auf, weil man ja auf diesen Bereich hier oben guckt. Man könnte auch grundsätzlich das zum Beispiel auch schräg machen und dann nachträglich noch zurechtschneiden, dass man es einfach so zurechtschneidet, beziehungsweise hier so und könnte auch diese Übergänge auch nochmal reparieren. Und dann hat man noch weniger diese Übergänge, die man sieht, weil man ja, der Mensch, der guckt ja immer so schnell auf spezielle Linien und man würde jetzt einfach in dieser Diagonale gucken und wenn das aber jetzt wie hier so ein bisschen schräg ist, dann fällt das zum Beispiel gar nicht mehr auf. So, hier nochmal ein bisschen drüber über das Ganze und schon wirkt das doch ganz gut. Tada! Little Planet ist fertig, hat ungefähr zwei bis drei Minuten gedauert oder vielleicht auch fünf, aber viel länger nicht. Und wie gesagt, je nachdem wie hoch der Bereich am Anfang ist von der Erde, demnach größer oder kleiner wird dieser Planet. Ich hoffe, ich konnte euch da was Schönes zeigen, ihr könnt damit mal ein bisschen rumprobieren und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao!